So, und wir kommen zurück. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst, im Spaß mit uns zu. Amen. Sei herzlich gegrüßt, Bertrand. Ich bin Jervis Petsch, Erfinder, Unternehmer und Teilzeitherren-Ausstatter. Du fragst dich sicherlich, warum ich an dich herantrete. Nun, ich würde gerne mit dir über eine Beschäftigungsmöglichkeit reden. Wenn du dich also bei der Adresse auf der Rückseite dieser Aufnahme einfinden würdest, könnten wir ihn... Lisa, bitte, wenn mich jemand hört, der will! Oh, kümmere dich nicht um Alice, die arme Kleine. Sie ist etwas aus dem Häuschen, ist ja nicht ihre Schuld nach all dem, was sie durchgemacht hat. Aber bald ist sie wieder in Ordnung, keine Sorge. Ja. Dieser wird auch schon gesagt, dass ich glaube, dass sie durchgegeln. Das ist. Ah. Ja, dann. Und mal schnüben. äh, ich muss doch bitte landen, ich muss ja gerade landen. Ich merke dann später, ich höre jetzt wieder mit den Lenken an. Die nächsten Asylveräten sind schon oben. Jetzt mal zu gucken. Ich bin ganz so viel Videos machen müssen. Ich bin ganz so viel Videos machen müssen. Ich bin ganz so ein bisschen. Ich bin ganz so ein bisschen. Ich bin ganz so ein bisschen. der menschen ok das letzte und weg 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 bam 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 wir haben noch das von penguin Machen Eier Zunächst sind schon bis sie Ich oder was? Was willst du tun? Er will nicht, dass er mit leeren Händen nach Hause geht. Also kommt und schnappt euch schnell schnell. Ihr habt mich gehört. Gratis Waffen für alle. Ich kann auswunden, scherz zu viel Grabe-Bot. Und das Beste an sich, wenn wir wollen nicht dafür. Es gibt keinen Haken. Also, die Sache läuft so. Ihr stellt euch schön ordentlich in eine Reihe. Dann winkt euch meine Jungs einer nach dem anderen Rösen. Ich kann auswunden, scherz zu viel Grabe, scherz zu viel Grabe. Ich kann auswunden, scherz zu viel Grabe. und die muss es an dem markieren der stufel mann ich bin gut. Wo soll ich den Kapitematik markieren? Man sieht man es da nicht rein. Ja, gibt ja Müll. Mir sagt, keiner rein. Wo? Da? Nein. Jetzt verkehrt hast du. Geh mal sehen, immer gerne. Ja? 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 Geh mal. Ja. 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 Perfekt 5 übrig Nehmen wir da hin Nein, nicht jeder Nehmen wir das Versteck Dann noch die anderen 5 Waffen Beko Beko Und dann Ja, ich wollte Ihnen nur eine frohe Weihnachtluge Hier auch Das ist der Lauf Das ist der Lauf Die Baten Das ist der Lauf Jetzt ist das so und kaputt und kaputt dann schauen wir mal, ob wir mal die Mettretter brauchen das können wir gleich sehen Ich habe verstanden. Ja, ich habe verstanden, Sir. Ja, nein, Sir. Natürlich. Das macht mich wahnsinnig. Ich muss das nicht sagen, nein, 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 nein. Die Beste eigentlich ist, dass es funktioniert. Wir gehorcht. Ich denke, wir sollen arbeiten, es ist ein Anfang. Genau, das war ja immer das Problem, oder? Niemand wollte hören, was Töne zu sagen hatte. Das könnte auch unsichtbar gewesen sein. Aber jetzt, ha, 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 ja. Und das war's. Perfekt. Wunderbar, es ist wahrhaft eine Ehre, deine Roche. Wo ist das Mädchen? Wovon bist du da? Ausgezeichnet, dann weißt du ja, warum du hier bist. Wovon redest du da? Oh, vielleicht sind wir ja doch nicht auf demselben Stand. Berichtigen wir das. Tick, tack, die Zeit läuft. Was schon mal? Oh, das kann ja doch nicht. Ha, 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 ha. Willkommen in der Bundeswehr? Ja, das war. Oh Gott, habe ich alles zuerst bei der Dorfung. Ach, das grandiose Abenteuer, die wir erlebt haben. Aber Sie haben sie mir genommen, süße Alice. Verloren. Und alleine, ich musste sie finden, musste sie nach Hause bringen. Und das habe ich. Zwei Nase, sage ich dir. Aber sie ist uns erheben. Sicher. Dennoch, die Mächte der Königin sind die Wahrheit. Sie zurückgewinnen, deswegen habe ich sie hierher gebracht. Er bewegt. Wir könnten Alice besser beschützen, als ein Mensch, wenn höchst persönlich. Hui, so knapp. Eigesicht. Der Rabi guckt mir auch zu. Oh je, oh je, du schreibst ja ganz vertreten zu sein. Wo geht es raus, wo geht es rein? Oh je, oh je, du bist ganz allein. Hm. Ich folge mir den Kanickel. So, so, du hast das also geschafft. Aber es hat dich angestrengt, oder? Hat dir Willenskraft genommen. Die Gedanken werden schwer. Du kannst kaum noch die Kontrolle behalten. Bye. Bye. Das war mir. Guck mal, kommst du da raus in den scheiß Spiegel raus. Guck mal, so lange ich durchbäschen kann. Und das war's. Perfekt. Es ist so, ich habe ein Wundergerät erfunden und eines das Gehorsamherz. Bei schwächeren Genütern funktioniert es einfacher. Einmal meine Kreation aufgesetzt, stehen Sie unter einer Konflikt. Bei stärkeren Individuen muss man allerdings... Einmal sein Grober. Und das, mein Freund, bringt uns zu hier und jetzt. Du bist mein Kampfgedanke-Beckner. Dann verschwinden Sie mich. Und wenn ich die Stücken wieder zusammensexerse, wie sie es machen. Und so ein Kampfgedanke ist er. Wieso bin ich Kampfgedanke? Ja, egal. Wusstest du, dass ich die Zeit hier in sieben verschiedene Richtungen bewege, aber doch mit Lükslich mit einer vornwert? Immer vornwert. Oh, ne? Wie langweilig. Warum versuchen wir also nicht mal zurückzuhalten? Ich sehe nichts. Oh, ich sehe nichts. Okay. Kapam! Oh, sagst du. Oh, die. Piu. Na komm, du musst nicht extra dorthin gehen. Aufhören! Sofort aufhören! Ich gewinne nicht, du. Ich habe die Kontrolle, du Stift nach deinem Leben. Du und Alice. Tu, was ich sage. Sofort, was ich sage. Nö, keine Lust. Ich meinte, du bist das Schwächste. Wenn wir schon arg und sie dick sind. Na da. Und raus. Was ist alles sehr schnell? Meine Schöne, K. Rappen ist wohl nicht. Der Tisch ist aufgemacht und alle Geister sind voll. Oh, oh, oh. Hey, wir sind hier. Er kann, er will. Er muss nun gehen. Er kann, er will. Er muss nun gehen. Er kann, er will. Er muss nun gehen! Und tschüss! Nein, wird es nicht! Mettheader, das sieht! So lange die es in unser Leben kommt, ist perfekt! Ne, ich drücke auf Mettheader! Junge! Ich will einfach nur die Leute da! Das ist nicht so auf die Geberlin! Sollen wir nur die 5 Dinger dann? Das nächste Mal dann! Das Ding! Wie verkehrt ihr das denn? 3 So, 1 4 Bist du! Das sind dann 3, 4 5 Perfekt! 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 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 6 5 6 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 5 6 8 6 7 7 8 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 11 immer in die Richtung will ich meine wieder 2 war aus spiel Ich schau mal. Oh nein, hier sind wir! Oh nein, hier ist da! Komm mal! Nied! Oh n... Dic! Ah, der kaputt! Ich hab mir mal deine Polizeiakte angesehen und wow, sagen wir mal du hast nicht viele Fans, aber das wusstest du wahrscheinlich schon. Ein paar der richtig lächerlichen Einträge hab ich mal gelöscht. Ich behaupte mir, du würdest die Leute hochbringen. Ich weiß, dass das nicht deine Art ist. Ich hab mir wieder gesehen. Ich hab mir wieder gesehen. Und das. Oh, das ist was. Oh, das ist was. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da ist er unten? Was machen wir vor 8.000? sitzern und mit dir das sein Nö, kann ich nicht. Junge, lass mich doch da hinten wie hoch. So ein Back oder sonst dies. Der geht nicht hoch. Warte. So und zum Letzten. Spannung an. Spannung. Spannung an. die reihe hier und mein dad denke ich bis in seinem büro schreibe sms und glotz fernsehen, wenn der wüsste ja wenn der wüsste wäre ich im arsch ja wenn du die umme Flan zum Boot ja wenn du die umme Flan das letzte das muss die ein die 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 immer so hofft so hoffte dies nein nein das ist perfekt von ja er kann er wieder nirgends hoch abgesoffen er kann man schien jetzt nicht dritten wo hoch auf 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 ja noch mal auf dem Weg zu dir ich habe einfach keine Lust mehr auf R1 zu drücken die sind wieder nicht mehr auftaucht das ist ein ganzes Waffe ja klar 100.000 Waffe wir haben jetzt sogar die letzte ein Sniper und ein Sniper 2,4,5,6 das ist ja auch mal umgedreht bei dem Marsch ich denke heute super da wird jetzt hat er noch mal rissachner Schleichangriff so komplett aber wenn wir die Zeit jetzt entdecken ich suchte nicht mehr was ist jetzt da? stopp ja, ne? jawoke das wars das war es wir haben es geschafft du hast das meist gemacht aber ich war eine große Hilfe oder? wir waren ein gutes Team für dich Also, wenn du, naja, keine Ahnung, eine Partnerin brauchst, ich steh bereit. Wie auch immer, ich lass dich mal weiter Arschtritte verteilen und Gotham retten. Und irgendwann wird mein Dad schon merken, wie cool du wirklich bist. Bis zum nächsten Mal.